Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sira. So, vom Forschungszentrum. Wir haben uns Nützliches auf der Datendist gefunden. Wir brauchen vier Tage. Ja, ja. Wir haben die Forschungen für den Bauplan. Yay. Dankeschön, Lautsprecher. Und Ghetto-Blaster. Und ich glaube, das ist tatsächlich hier. Aufzugssteuerung. Kupferspule. Kupferdraht. Einfache Schaltkreise. Eieiei. Ach du. Ach du meine Güte. Alter. Alter. Ich glaube, wir werden hier noch extrem viel zu tun haben, ey. Alter. Ich möchte trotzdem aber erst mal die Schneidedingens weg, äh, fertig kriegen. Weil das sind ja alles Hauptquests hier, ne? Die Straßenlaterne, das dürfte nicht das Problem sein. Aber wir haben ja auch noch Dingens. Ähm. So, ich brauche jetzt erst mal das Carbon. Ah, ne, Quatsch. Geht ja gar nicht. Brauche ich ja Eisen für. So, eine. War das noch? Hier würde ich vorschlagen, wir gehen direkt in die Mine und, ähm, schauen da mal. So, einmal Erz. Aber ich finde das auch super, dass das alles so einsortiert wird, wie es im Grunde eigentlich gehört. Das finde ich auch echt super, dass man da jetzt nicht sich noch, äh, äh. Das Geisterfest, Freunde. Aua. Aua. Ich habe irgendwas im Auge. Au. Au. Entschuldigung. Ach, das hat echt weh. Ich glaube, da war wieder irgendwo eine Wimper mitten im Auge. Oh, ouch. Ah, guck mal. Da ist Arlo. Ach ja, genau. Apropos. Wenn der sowieso gerade hier unterwegs ist. Ähm. Ein Fisch. Ein Fisch. Äh. Ne, Pflanzen. Pflanzen. Einer davon. Und was war das? Einmal Mehl. Ne. Mehl. Ach, wo war das? Kochenpflanzen. Bei, äh, äh, Feld. Wo zur Hölle habe ich das Mehl reingekippt? Oh. Okay. Das hat hier eigentlich nichts zu suchen. Äh, hier muss das, glaube ich, rein. Ja. Oder zum Kochen. Ja, dann mach das halt mal hier runter. So, bitte. So. Ist der Gute noch da? Ne, der ist schon oben. Nein, langsam. Das jeist da fest. Hey, bleib stehen. Nein, dich will ich nicht. Geh weg. Warte. Nein, dich will ich auch nicht. Warte. Hallo. Äh. Stopp. Bitteschön. Danke. Ich habe nie erwartet, dass du mir das geben kannst. Du weißt, er wird seit Wochen von mir durchgefüttert und hätte es aber trotzdem nie erwartet. Alles klar. Warum auch nicht? So, was gibt es denn? Gibt es hier was Neues? Was willst du denn? Du hältst deine Spieluhr. Bau die dir selber. Wir brauchen sieben Seile. Ah, vier Bücherregale. Ha. Ha. Ich wusste, dass ich die aufheben soll. Ha. Die und ihre Bücherregale. Ha. So, die hatte ich da hinten. Ja. He, 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 he. Ich wusste, dass diese Quest irgendwann mal wieder auftaucht. He, 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 he. Ach, seid ihr auch mal wieder wach jetzt endlich, ja? Hat auch gar nicht lang gedauert. Oben dieses Geschwurbel, ne? He, 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 he. Wie heiß sind diese Dinger da eigentlich? Vor allem heißt es ja irgendwo, ich kann mich eintragen. Aber wo mache ich das? Ah, hier wahrscheinlich. Nee. Das ist die Lampe gewesen. Ich kann dir in deinen Rock gucken. So. Schnupfel, wo bist du? Hi. Bitteschön, gern geschehen. So, und jetzt geht's ab in Lemine. In Lemine Level 2. Jetzt muss ich die nur wieder finden. Die war, glaube ich, irgendwo hier oben. In der Nähe von dem Ausgang in die Dingens da irgendwo. Ah, hier, da ist sie doch. Da ist sie. Da fehlt immer noch eins. Okay. So, 300 Gold. Ja, bitte. Ich muss. Geht nicht anders. So. Was ist das? Ja, das will ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo ich das, wie ich das verarbeite. Ah, Eisen. Treffer. Viel Eisen. Ich weiß ja nicht, wo ich das verarbeite. So. Auch noch. Hab ich denn hier irgendwo... Oh ja, ganz in der Nähe. Schau mal. Was haben wir denn hier? Eine Eulenuhr. Schmiermittel. Bin mir fast sicher, dass wir das auch noch brauchen werden. Aber das Wichtigste haben wir jetzt schon mal. Nämlich Eisen. Göttinnen-Statue. Das war's, glaube ich, auch schon wieder mit Eisen. Schalalalala. 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 Soldat mit Zepter. Äh, da. Was ist das? Ein Ventil. Das ist also kein Relikt. Das ist kein Relikt. Oh, Eisen. Eine Wunderlampe. Oh, das ist aber eine große... Ein großes Eisenvorkommen hier. Da bimmelt sich gerade im Haus hier einer einen ab. Da macht wahrscheinlich mal wieder irgendjemand nicht auf. Da müssen wir gleich wieder versuchen, hier zu klingeln. So wie ich die Pappenheimer kenne. Alter, ist das eine große Erzader hier. Ei, ei, ei. Aber ich glaube, das reicht hier mal an Eisen. Ich sollte jetzt vielleicht wieder eher nach den Artefakten suchen. Weil ich da ja schließlich die Dinger brauche. Die, diese, ich weiß nicht, Schaltkreise? Waren das die Schaltkreise? Ich glaube schon. Ja, zum Beispiel Lieder. Hui, einfache Schaltkreise. Huch, was ist das? Ach, Soldat mit Axt? War das nicht... Alter, gerade hatte ich einen Soldat mit Speer. Jetzt kriege ich einen Soldat mit Axt. Ah, Schaltkreise. Juhu. Dankeschön. Bitte mehr davon. Wunderlampe Teil 2. Eine war Hunderlampe. Was? Leistungszentrum-Modell. Okay. Leistungszentrum? Ist das hier so ein Modell vom Jobcenter oder was? Oh, was ist denn das? Energielampe. Ich habe noch nicht mal ein Museum gebaut. Wo soll ich das ganze Zeug unterbringen? Waschmaschine. Ich könnte noch einen Trockner gebrauchen, wenn wir schon mal dabei sind, Leute. Wie wäre es denn mit einem schicken Trockner vielleicht eher? Hm, was ist das? Oh, Härtungsflasche, Flüssigkeit, was auch immer. Oh, schön. Oh, nicht genug Ausdauer. Alles klar. Okay, Dankeschön. Dann war es das für heute. Juhu. Wir haben viel Zeug gekriegt. Sehr gut. Schwurbel, Schwurbel. Wee. Da. Ein Blümchenkasten. La, 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 la. Oh, was ist das? Ach, das ist die Lampe. Lampe. Batsch, die Tür war wieder zu. Da, wenn die Türen geknallt, die Möbel geschoben und noch eine ganze Menge anderes Zeug. So, erst mal einsortieren hier alles. So, unbekannt. Beuter, Beuter, Abzeichen, Ausrüstung, Ruinen, Artefakte. Hier. Äh, 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 das ist großartig. Ich brauche mal meinen. Ich brauche mal eine Kiste. Eine frische Kiste. Artefakt T2. So. Schwupp. Äh, schwupp. 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 Na? Schwupp. So, der Le. Hier kommt das rein. Oh, viel Bronzer. Yeah. So, kann ich denn? Ach, ja. Ja, sehr gut. Danke. Habe ich noch Zeit, eine hinzubauen? Das wertete Licht. Töv, Töv, Haltestelle. Ach, das ist der Aufzug. Okay, ich kann die eigentlich nur noch da hinten hinbauen. Ich glaube, dann sind alle fertig. Dann muss ich doch noch eine Töv. Ich bin stark. Guck mal, kann ich euch damit eine überziehen? Das ist so geil. Das ist so geil, ey, wie die diese gigantischen Dinger hier rumschleppt. Ey, die Frau, die hat doch mehr Power als Arlo, ey. Die muss ihn über die Schwelle tragen, wenn sie mal heiraten. Und nicht umgekehrt. So. Fertig. Bei Antoine melden. Ja, jetzt um die Uhrzeit bestimmt nicht mehr. Was die Frau einfach schleppen kann, ne? Das ist Wahnsinn. Ist das normal, dass das so glitzert? Ja, sieht so aus. Ja. Wahrscheinlich fällt mir das jetzt gerade nur auf, als es dunkel ist. So. Was ist das da oben? Ach, noch mehr, äh, ernsthaft? Noch mehr Laternen. Eieieiei. Eieiei. Lass mich doch erstmal meine Schneide da fertig bauen. Was brauche ich denn da? Ah ja, den Karbonstahl. Ah, genau vier Schaltkreise habe ich gebraucht. So, da brauche ich jetzt hier mal... Ach ja, genau, die Holzkohle muss ich ja noch machen. Da brauche ich einmal Holzköhlchen. Einmal Holzkohle. Äh, ja, und einsortieren. Eisen. Eisen. So. Sehr gut. Und jetzt, äh, gute Nacht. Gute Nacht, liebe Welt. Ah, schlafen. Dringend. Oh, ich muss mir dann unbedingt was zu essen machen. Tägliche Erinnerungen. Tag der Erinnerungen. Alles klar. Gut. Schauen wir mal, was die von uns wollen. Oh, guck mal. Day of Memories. Ach, süß. Ach, Post habe ich keine. So, darf ich denn jetzt Karbonstahl machen? Vier Stück bräuchte ich bitte erst mal. So, das lege ich aber auch mal hier rein, weil ich das ja für Erz brauche. So, das ist hier alles fleißig. Dann schauen wir mal, was hier ist, ne? Was haben wir denn hier? Nichts. Interagieren. Open. Willkommen zur Tafelrunde. Der Koch empfiehlt. Der Lancelot. Merlins Cocktailgarnele. Okay. Ah. Nicht herauf. Das ist keine gute Idee. Wie ich schon festgestellt habe. So, kann ich denn mit dir sprechen, mein Freund? Ja. Danke. Oh, ich kann wieder was untersuchen. Wo soll das sein? Ah. Der Spiegel. Der Spiegel hatte ein Problem. Das habe ich gar nicht gesehen. Äh. Ah, ich sehe schon. Und der Fuß. Ne, doch nicht. Ich dachte, der Fuß. bin ich blind? Ah. Gut. Fertig. Ja. Zahnfee Fabrik. Ja. Ich sehe gut. ich habe jetzt aber leider überhaupt kein geschenkaustausch ach so ich verstehe eine lotus lampe ein lächelndes gesicht für den tag der erinnerung aber ich habe doch noch so viele abzeichen kann ich mir da nicht irgendwas leisten von ich meine was 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 habe ich denn hier 30 verteidigung 30 was war das verteidigung 80 hatte ich das richtig gesehen wo sind meine abzeichen und ich habe sogar 74 guck mal muss ich mal gucken vielleicht kann ich da zumindest ein teil kaufen ich glaube 40 hat das gekostet das oberteil 40 und 50 ja okay aber jetzt kann ich auf jeden fall kaufen was nehme ich denn da kampfkunstlegende ach so platzierung im haus maximale gp plus 150 klingt gut da gönne ich mir mal das na und das dankeschön jetzt sieht man wenigstens auch endlich meine frisur wieder jetzt sieht man auch endlich meine frisur wieder ach ja ich habe trotzdem gar nicht darauf geachtet jetzt ne 80 und 30 ja 30 und 15 also maximale gp 90 und 150 ja also deutlich besser und wir haben jetzt eine deutlich höhere verteidigung mehr als doppelt so hohe verteidigung ruinen beute ausrüstung das hebe ich aber mal auf das hat schließlich geld gekostet so und hier haben wir noch die letzten abzeichen da haben wir die geiste abzeichen 71 stück was kann ich denn da kaufen 71 stück das ist eigentlich das hier lauf doch da nicht rein lauf doch da nicht rein so was kann man denn kaufen ach das ist auch wieder hier kriege ich diese angriffssachen wow da gibt es ja überhaupt nichts überhaupt nichts nützliches also kostet das alles 80 alles klar aber das ist doch doof kann ich eigentlich hier das umhauen schade um kann nüppeln alter hier sind überall die laternen im grunde ist das eigentlich voll geil aber irgendwas mit trag dich ein oder so aber da ist nichts okay die warten hier wohl da oh wenn sehe ich denn da hallo oh ich kann doch jetzt ich dachte schon bitteschön ja bekannter ja er mag uns oh fünf zusätzliche angriffspunkte oh geil dankeschön oh zehn prozent kritische treffer chance wird durch den kauf des dns freigeschaltet okay brauche ich nicht so ein stuss so was hast du zu sagen danke für euren heutigen besuch heute findet der diesjährige tag der erinnerung in porscher statt wir versammeln uns hier um die verlorenen familie derjenigen zu gedenken die sich blablabla wenn alle hier sind spricht lucy über die geschichte des erinnerungstags wie ich aussehe wie so ein hippie nach der erinnerung beginnen wir mit dem suchspiel oh nein ist das wieder so ein ding wo sich irgendwie alle drum prügeln und auf ein einziges geschenk drauf losgehen die sich heute für das leben das wir geführt haben geopfert haben ja dachte ich mir wenn alle da sind ich bin da fang an ich bin doch da hallo wuwa ich glaube der laber hat jetzt die ganze zeit dasselbe bis es anfängt ich würde sagen ich beende hier auch gerade mal die folge und starte dann wenn es los geht also bis gleich bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal